Schönen guten Tag. Das ist die neue Platte von Herren Magazine. Sieht von vorne so aus, von hinten so. Und das ist das Bucklet. Wir haben extra ein großes Bucklet. Bild. Text. Bild. Text. Bild. Geheime Botschaft. Was ist noch drin? Das Internet soll auch noch drin sein. Ah, hier! Download Code. Das ist jetzt die CD-Variante. Sieht im Prinzip fast genauso aus. Hat aber einen kleinen Twist. Plastik. Und dann ist die CD da so reingebackt. Und außerdem ist das Bucklet direkt mit dem Cover verbunden. Also es kann nicht rausfallen. So was verliert man ja manchmal auch und dann ist das natürlich sehr praktisch. Inhaltlich ist es im Prinzip dasselbe, nur ein bisschen dicker und kleiner. wird erscheinen am 15. März bei Delikatess Tonträger. Viel Spaß! Von einem Berg wäre es überschaubar, doch es ist kein Berg zu sehen. Es rettet uns kein Zauber und es gilt es zu verstehen. Es rettet uns kein Zauber und es gilt es zu verstehen.